We ain't found shit! Die wundersame Rap-Woche mit Paulien Steiger. Es gibt welche, die turn das an. Herzlich willkommen zur wundersamen Rap-Woche, die da läuft auf Pumefam. Samstags um 11 Uhr. Und Sonntag nochmal irgendwann 15 Uhr, glaube ich. Montag auch, irgend sowas. Samstags auch nochmal um 18 Uhr. Kann sein. Auf jeden Fall laufen wir jetzt im richtigen Radio auch. Mittwoch um 9. 21 Uhr, Flux FM. Das andere 9, da hört man kein Radio, oder? Hört man morgens schon Radio? Doch, Bushido macht jetzt ne neue Morningshow. Bei 98,8, KISS FM, 6 bis 9 Uhr. Erzähl keinen Scheiß. Doch, hab ich gehört. Wirklich? Dachte ich, der steht aber früh auf. Wie wir die Trendsetter sind wieder, Alter. Wie sich alle über Wasser halten. Mit Radioshows. Einfach nur so. Ich hab gehört, dass Fritz jetzt auch Interesse an mir hätte. Wirklich? Ja, aber jetzt kommen die an. Jetzt kommen die an. Nach Jahren. Würden die dich ohne mich nehmen? Ja, offensichtlich. Die haben dich ja nicht gefragt. Die haben sich ja auch nicht gefragt. Die wollen Keil zwischen uns treiben. Ja, den öffentlich-rechtlichen Keil. Wahrscheinlich wollen sie am Schluss Erik Keil dann mit mir als Moderator haben. Den haben wir jetzt nicht verstanden. Wer ist das? Justus. Ah. Erik Keil? Erik Keil, der Autor. Erik Keil ist Justus. Justus heißt gar nicht Justus? Tatsächlich. Hör auf, Alter. Nach all den Jahren. Wie Peter Schauer auch nicht, äh, Peter Schauer heißt und Dr. Fumannschu tatsächlich auch einen anderen Namen hat. Ach du Scheiße. Cool Savasch. Der heißt tatsächlich so. Cool. Finde ich cool von ihm. Das finde ich, das ist gut. Cool Joderie. So, ja, genug der Witze. Wir sind's. Hey, na? Wir sind's, Maulian Steiger und uns gibt's nur im Doppelpack. Ich verspreche dir das an dieser Stelle. Uns drehen nie was. Loyalität. Weißt du, andere reden von Loyalität. Wir leben sie. Voll. Und es ist auch kein Blut ist dicker als Wasser Ding. Also ich würde meine Familie für dich sitzen lassen. Wirklich? Wenn ich weiß, du brauchst mich und es ist irgendwie Geburtstag von meiner Tante, würde ich sagen, ey, weißt du was, kann halt nicht. Und Geburtstag von deiner Frau? Ja, komm, klar. Dann würden wir beide zu dir kommen. Hä? Dann würden wir beide zu dir kommen, weißt du was du willst. Oh ja, das ist gut. Aber deine Tante würdest du nicht mitbringen. Ist der unangenehm, oder was? Ja. Ich kenn den, ich seh den nur zum Radio, ich kenn den jetzt auch nicht so richtig. Nee, Quatsch. So, ja. Wir sind jedenfalls loyal, das haben wir jetzt, okay, warte mal, ich streichst du jetzt loyal durch. Haben wir jetzt auch geredet. Steiger, weißt du, was ich für eine coole Woche hatte? Nee. Ich hab neue Horizonte erschlossen. Und zwar, aufgepasst, aufgehört, aufgehorscht. Aufgemerkt? Aufgemerkt. Ich habe letzte Woche so ein Video gesehen, wie, das hab ich auch schon öfters gesehen. Darf ich mal das Fenster zumachen? Mich stört das. Wirklich? Irgendwie ist die Atmosphäre nicht so dicht. Findest du? Ja. Die ist nicht so intensiv. Ja, na komm. Was ist das überhaupt für ein Wetter? Darf ich ganz kurz noch auf das Wetter eingehen? Ich komme damit nicht klar. Es ist warm und man möchte aber eigentlich, dass es doch Herbst ist schon. Und manchmal ist es auch Herbst. Witzigerweise, oder? Ich hab auch so im Kopf schon so abgeschlossen, mit Pulli rauszugehen. Und sobald die Sonne dann weg ist, ist es auch Herbst und dann erkältet man sich. Ja, tatsächlich. Ich bin gestern Abend auf einer Vespa gefahren, es war super kalt. Ja. Wenn es dann wirklich kalt ist und dann man so, je schneller man durch diese Luft fährt. Aber du kamst aber noch aus dem Tag, aus diesem Sommertag und hast... Ja, tatsächlich. Achso, hattest du wirklich nur ein T-Shirt an? Nee, nicht T-Shirt an. Ich hatte ein Pullover an, aber es war trotzdem super. Ja. Also das Ding ist, ich hab wirklich auch mit meiner Sommergarderobe abgeschlossen, bin einfach jetzt immer mit Jacke unterwegs. Boah, jetzt schwitze ich. Vorgestern. Kaum ist das Fenster zu, ich schwitze. Ich muss das jetzt alles ausziehen einfach. Ich muss ja einfach ein T-Shirt rumlaufen, weil es so warm war. Und das ist ja auch irgendwie schön. Hast du was dagegen, wenn ich mich jetzt hier ausziehen würde? Bitte. Okay. Ich muss mich wirklich ausziehen. Du hast ein Unterhemd unter. Ich dachte, sowas machen nur zu, Hälter. Bist du denn drauf? Ich bin immer so eine Goldkette, Alter. Ich bin alt. Über ein Buskreis. Ich bin alt. Ich hab immer so rund um die Hüften, weißt du, da wird mir relativ schnell kalt. Ich hab auch so Nierenwärmer. Du bist ja geil alt. So eine Angora-Nierenwärmer. Kennst du das? Nee. Für die Baustelle. Also ja, kenn ich, aber noch nie auf die Idee gekommen, dass du Leute tragen, die es nicht von dem Arzt gesagt bekommen. Ja, ich hab das von meinem Arzt gesagt bekommen. Gut. GPC trägt auch nochmal unter. Kennst du GPC nach? Den hab ich eingeladen zu uns in die Show, aber der konnte nicht. An seinem Releasetag war der irgendwie nicht zu Gange in Berlin. Okay. Du weißt ja, was ein Bauarbeiter-Dekolleté ist, also wenn die Hose so weit runterrutscht und dafür hab ich dann den Nierenwärmer, weil die Hose tatsächlich relativ oft tief rutscht und dann hab ich diesen Nierenwärmer und der hält meine Hüften warm. Ich weiß nicht, ob das geiler ist zu sehen als ein Maurer-Dekolleté. Es gibt auch Leute, die tragen dann so Latzhosen, das ist übrigens ein guter Trick gegen die rutschende Hose. Oder Overalls. Ich glaub ja, Latzhosen sind ganz tückisch, weil wenn man jeden Tag in Latzhosen unterwegs ist, merkt man nicht, dass man dicker wird. Weil das fällt ja eh immer so runter und in einer Latzhose ist enorm viel Platz vorne für den Bauch, man merkt, es spannt nichts. Okay. Das ist, glaube ich, ein bisschen tricky. Das ist dein Index für, jetzt muss ich wieder mal Sport machen, wenn die Hose ein bisschen spannt, aber du trägst doch auch nur diese Sporthosen. Trotzdem merkt man ja da, ob man die Schnüre braucht oder nicht. Wie Schnüre? Ja, da sind so vorne Schnüre dran. Ach, du schnürst die? Ja, schon. Du schnürst deine Sporthosen? Sonst rutschen die runter, weil ich so dünn bin. Nein, aber, hä, wie sind wir jetzt überhaupt auf den Hosenscheiß gekommen? Ich würde ja eigentlich von letzter Woche erzählen. Du wolltest eigentlich von deiner extrem coolen Woche erzählen. Pass auf. Ich habe letzte Woche so ein Video gesehen, wo, wie Hollywood-Filme vertont werden. So, dass da die Kamera ja ohne Tonaufzeichen, dass sie dann immer, ah, guck mal, da läuft im Hintergrund einer rum. So, und die machen jedes Geräusch. So, zum Beispiel. Was bin ich? Ein Pferd, ist doch klar. Nee, eine Kokosnuss. So, und jedenfalls haben Freunde von mir das benötigt für ein Video. Und da habe ich gesagt, ey, ich mache das. Gib mal her. Oder beziehungsweise, die haben mir ein Video gesagt, ey, lass uns da mal noch so Soundeffekte rüber machen. Das machen wir, das wird geil. Und da habe ich wirklich gestern den ganzen Tag rumgesessen und so über den Tisch gestreichelt und so kleine Klackgeräusche gemacht. Das war das Allergeilste. Das ist, in dem Moment denkt man sich so, oh, boah, ja, boah, ob das so cool ist. Aber, wenn man das dann auf ein Video legt, du glaubst nicht, wie viel das ausmacht. Zum Beispiel, da war so eine Szene, da hat so ein japanischer Vater, ist so zu seiner Tochter ins Zimmer gegangen und die haben ja so Schiebetüren. Ja. Also die sind so ganz leicht aufgelegt. Und da habe ich nur so, weißt du, wie soft das damit aussah auf einmal. Also, das habe ich jedenfalls diese Woche gelernt, wie geil Sounddesign ist. Ich habe auch Bock, das bei meinem Musikvideos zu machen, hätte ich gesagt. Also wenn ich da irgendwo gegenlaufe, darf ich da auch so doing. Also wie cool ist das? Was ist dein Lieblings-Soundeffekt? Also, schwierige Frage, was ist die liebste Aktion, oder die du dir entdeckt hast, was den geilsten Soundeffekt gibt, was man nicht denkt, dass das ist. Genau. Also, jetzt das mit dem Tisch, das ist ja okay. Ich habe auch so drüber gestrichen, tatsächlich. Der schiebt ja was drüber. Aber so quasi, dass man... Und dann ist es... Ich weiß, ich habe gestern zum Beispiel, da hat jemand geschrieben, da habe ich einfach so mit einem Feuerzeug gegen so einen Papierblock die ganze Zeit gerieben. Das ist gar kein Stift, das ist Feuerzeug. Aber das ist jetzt kein krasser... Wow. Dazu habe ich auch... Frag mich das nochmal, wenn ich einen Film synchronisiert habe. Aber ich finde auf jeden Fall cool. Du bist ja selbstständig, oder? Wie nennst du dein Studio jetzt? Maulich Sound Design Lab. Wie nennen das denn so Modedesigner, wenn die so... Sound Design 3000. Wie nennen das denn Leute, die so eine Schaufwärtspuppe stehen haben und dann so einem Kleid rumschnippsen den ganzen Tag? Haute Couture. Aber wie nennen die diesen Raum? Sound Haute Couture. Wie nennen die diesen Raum? Atelier. Ist das ein Atelier, ja? Dann halt Sound Atelier, ist doch geil. Audio Atelier. Das sind alle Attraktionen, Leute lieben es einfach auch. Ja. Das stimmt. Ja, und du, Steiger, bist du endlich raus aus dem verkackten Tropenhaus? Ja, tatsächlich. Wobei ich festgestellt habe, dass KDB und Cylinder Gommes sind jetzt wieder drin im Tropenhaus. Dort im Tropenhaus ihr neuestes Video gedreht haben. Hat mir sehr gut gefallen. Also ich wusste auch, wie heiß es ist ungefähr. Ja, ich habe tatsächlich diese Woche mich entspannt. Hey, besser ist. Ja. Es war auch brutal. Es war auch brutal, ja. Also wirklich. Auch so drei Tage einfach nur mal so am Schreibtisch gesessen. Und war ein bisschen enttäuscht, dass in dieser Woche nicht allzu viel passiert ist im Deutschrap-Kontext. Du interpretierst nur nicht genug rein, da ist eine Menge passiert. Du musst mehr rein interpretieren. Miri vom Splashmag hat irgendwo getwittert, hey, kein Beef, Dudes, chillt mal alle. Und dann dachte ich, ey, irgendwas ist passiert, was ganz Großes. Bin sofort auf Rap-Update gegangen, nichts passiert. Vielleicht meinte sie tatsächlich diesen Red Bull Soundclash, weil da, das haben wir noch überhaupt nicht mitbekommen letzte Woche, weil es ja so frisch war. Red Bull Soundclash, gab's das? Da hat doch Said den einen geklatscht. Ach was, wirklich? Ja, von den Jugglers. Da waren irgendwie, ich weiß nicht, in welchem Soundsystem, die waren auf jeden Fall mit Brank Sinatra. Ich glaube, der ist bei, ist der bei Betty Ford Boys? Kannst du mal bitte für alle Leute, die jetzt Mittwoch 21 Uhr auf Luxe für immer einschalten, erklären, worum's da geht. Kurzer Exkurs. Red Bull, nee, nicht Soundclash. Wer ist Red Bull? Red Bull ist diese Getränkemarke. Ja. Fußballclubbesitzer. Sehr, sehr engagiert, was den urbanen Bereich angeht. Wie heißt denn, wie heißt denn dieses, nicht Soundclash, das hieß dieses Jahr, Culture Clash. Genau, weil Soundclash ist noch. Culture Clash. Sehr gut. Wer ist angetreten, Islamische Welt gegen? Korrekt, Bruder. Sehr gut. Nee, so vier Produzententeams gegeneinander, weil die kennen ganz viele Rapper und holen die dann auf die Bühne und dann rappen die gegeneinander. Und es wird dann immer wieder ein Battle aufgezogen, weil das ist einfach geil, wenn so ein bisschen knisteln in der Luft und oh, oh, jetzt hat er das gesagt. Ach du Scheiße. Und dann hat irgendwer von den Jugglers gesagt, ja, das war die ganze Zeit so eine coole Veranstaltung, jetzt kommt da drüben so eine Sposten auf die Bühne und sowas. Weil, weiß ich nicht, ging wohl irgendwie so gegen Said und A.O.B. Also sofort angefangen mit einer Beleidigung. Ja, und gegen A.O.B. und sowas. Und dann hat es den gesagt, hä, der hat uns gerade schon beleidigt, oder? Der ist ja hochgegangen, hat den eine Bombe gezogen, wie man sagt. Und Almani von Army of Brothers auch. Haben da ein bisschen um sich geprügelt und die Security hatte auch echt Probleme, das zu unterbinden. Hat tatsächlich ein bisschen gedauert und gab ganz schön Tumult. Und dann, ja, nichts dann. Das war's. Wie ist die Fahrtstelle fortgesetzt worden? Ja, klar. Und die haben dann einfach dann weiter gegeneinander aufgelegt? Denke ich mal, ich war nicht da. Kulturgleichmäßig. Ist auch nicht so, also es interessiert mich auch nicht so krass, wie es danach weiterging. Wird wohl auch nicht so geil gewesen sein, weil war ja die letzten Jahre auch nicht so geil, oder? Also, aber Sido hat sich dazu geäußert tatsächlich. Der hat gesagt, ja, das ist eine Nachricht an meinen Bruder Said, der ein paar Hipster-Spasten gezeigt hat, dass sie nicht lustig sind. Ich finde, du hast alles richtig gemacht. Du nickst so, als ob, ja? Ist ja auch egal, ist ja schon eine Woche her. Wer ist ein Said eigentlich? Es ist schon eine Woche her. Der Said? Na, unser Said, der hier saß, der da drüben saß und so cool war. Sofort. Natürlich hat er das richtig gemacht, darum geht's ja gar nicht. Ja, dann, also wenn er das gemacht hat, dann auf jeden Fall. Entschuldigung. Und wie waren die anderen? Die sind auch unlustig. Die Jugglers sind unlustige Typen. Kenn ich die? Keine Ahnung, kenn ich nicht. Kenn ich die auch? Habe ich persönlich Verbindung zu denen? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, du kennst ein paar Beats von denen, aber das war's. Ich weiß es nicht. Ich kenne nie Beats. Weiß auch nicht, wo... Außer von Ronald McDonald. Weiß auch nicht, wo die herkommen und was die sonst so machen, aber weiß ich nicht. War auf jeden Fall gegen die Beleidigung wohl so weit, dass Said das für angebracht hielt. Und es ist ja auch schon, ey, stecker, im Internet eine Woche später brauchen wir echt nicht drüber reden, oder? Ja, es kann auf jeden Fall nicht so wahnsinnig große Reden, dass es eine Woche her ist. Und warum hat Rap Update nicht darüber berichtet? Haben die doch. Haben sie? Aber halt zwei Tage vorher. Du hast wahrscheinlich zwei Tage später geguckt und da war schon wieder alles passé. Nee, auf der App kann man ja sehr weit zurückverfolgen. Und da hast du nichts gefunden? Nein. Die haben bestimmt was. Die haben nichts darüber geschrieben. Ich habe sonst irgendwo auch nichts darüber geschrieben gefunden. Ich habe so irgendein Deutsch... Ah, DRN hat darüber berichtet. Der ist wieder zurück. Kennst du den? Der war der erste Alpha-Kinan, bevor es Alpha-Kinan gab. Nur der macht das halt gut und der ist auch nicht auf den Kopf gefallen. Der ist ganz gut. Und warum ist der wieder zurück? Warum war der weg? Es war ihm zu viel Druck, der auf ihn gelastet hat, weil Leute immer erwartet haben, dass er tagesaktuelle Sachen einbindet. Und er muss in der Schule sitzen und denkt sich, Alter, wann soll ich die ganzen Videos schneiden? Scheiße, Mann. Jetzt hauen die sich gerade auf die Schnauze und ich kann kein Video drüber machen, weil ich in einer scheiß Bio-Stunde sitze und noch bis zu siebten habe. Feifalt dich ja auch über diesen Conor McGregor-Kampf gegen Khabib. Ah, erzähl mal. Und? Was war da? Vielleicht machen wir das nach der nächsten Musik. Es ist ja auch schon wieder. Ei, ei, ei. Ist denn schon wieder Weihnachten? Wir haben schon wieder 15 Minuten voll. Ja, ey, komm, lass uns mal. Was spielen wir hier? Ah, tatsächlich, sehr krass. KDB und... Viel krasser. Berkern und Herbert Grönemeyer. Wie? Damit fangen wir an. Ja, na klar. Oder? Komm. Ey, Hammer Song. Findet ihr auch krass. Also wirklich, ich finde den richtig geil. Und was krass daran ist, der Song ist ja wirklich gut und trotzdem bei weitem nicht Berkerns krassester Song. Was ist Berkern eigentlich für ein krasser Typ? Kann das mal irgendwer sagen? Ja, wir hatten ihn schon vor... Ja, das ist klar. Das ist klar. Iki Gönlüm. Genau, den spielen wir jetzt. Zwei Herzen. Doppelherz. Doppelherz. Doppelherz, genau. Anscheinend. Es gehört zur Heimat auch, mal woanders hin zu wollen. Das ist auch Heimat. Unteilbar. Die wundersame Rap-Woche mit Maulien Steiger. Themen der Woche. Das, was jetzt kommt, zählt unter Themen der Woche, ja, dass Conor McGregor sich mit einem Che-Chin geboxt hat. Ja, offiziell im Ring, aber danach ging es dann noch weiter. Ja, das habe ich, ich habe, wie gesagt, nur so eine GIF gesehen, die ging so drei Sekunden. Das ist was ich davon. Witzige Zeit, oder? Hast du das mitbekommen? Ja, ich habe ein GIF davon gesehen, wo so immer drei Sekunden wiederholt werden. Aber großes Thema natürlich auch außerhalb der Sportwelt. Also, dass du auch sogar was davon mitbekommen hast. Also, es war wirklich ein guter Zufall, dass ich das mitbekommen habe. Ah, okay. Ich hätte es auch ganz gut gesehen. Also, Conor McGregor, Mixed Martial Arts Fighter aus Irland. Ein super Proll. Sehr, sehr unsympathischer Mensch, muss ich sagen. Ich habe seine Bio gesehen. Also, ich finde ihn wirklich tatsächlich... Also, das unsympathischste, was ich da in dieser Bio entdeckt habe, war, er redet die ganze Zeit von sich selber. Und irgendwann steht er mit seiner Frau im Schlafzimmer. Sie ziehen sich an für eine Gala. Und er sagt irgendwie so, hey, looking good. Und ich dachte, boah. Er hat jetzt endlich mal seiner Frau Props gegeben, hat ihr ein Kompliment gemacht. Aber er redet über seinen Anzug. Hey, I'm looking good. I'm looking good. Und dann dachte ich, das ist wirklich ein Volltrottel. Der ist tatsächlich auch so. Der ist von sich so eingenommen. Und der kann nicht außerhalb von sich selber denken. Und seine Frau, die ist halt wirklich so, hey, die war da, als es ihm noch schlecht ging. Als er der Eminem war und die Windeln geklaut hat. Da war sie, hat sie schon zu ihm gehalten. Ja, und dann, äh, und er gibt hier, also er gibt ihr natürlich die ganze Zeit Props in der Form so. Ja, sie war, sie war immer für mich da. Sie hat den geilsten Mann, sie hat so einen geilen Mann. Sie hat immer an mich geglaubt. Und sie hat, und ich hab sie nie enttäuscht. Und sie war da, als es mir schon schlecht ging. Aber sie hat durchgehalten. Aber sie für sich kriegt halt, äh, überhaupt keine Props. Und das hat, das hat mich tatsächlich dann wirklich extrem abgetan. Ich finde es ja überhaupt nicht schlimm, wenn jemand nach außen hin, die ganze Zeit boasted, boasted, boasted. Und der hat diesen Kabib halt aber wirklich auch so krass beleidigt. Also erstens natürlich in Form, dass er Muslim ist, dass er aus Dagestan kommt, hat ihn da aufgrund seiner Herkunft auch beleidigt, schon im Vorfeld. Und dann war das natürlich auch nicht beendet, als dieser Kampf beendet war. Und Kabib hat Conor McGregor geschlagen. Also wirklich hat ihn, hat ihn auch dominiert und hat ihn am Ende dann auch zur Aufgabe gezwungen mit einem wunderschönen Rear Naked Joke. Das ist dieser, ähm, das ist dieser Joke, wo du nach 10 Sekunden ohnmächtig bist, nach einer halben Minute irreparable Schäden hast und nach einer Minute tot bist. Habe ich dir schon davon erzählt, oder? Ja, schon. Habe ich dir das schon vorgeführt? Bestimmt. Aber, äh, ich weiß nicht. Egal, auf jeden Fall ging es da danach. Das ist so hängen geblieben, diese, wenn man sich auch diese Kämpfe anguckt, hast du so den ganzen Ring voller Blut und so. Und Leute sind so, ja, geil, komm, schlägt in die Fresse, Blut, ja. Das finde ich auch, das finde ich tatsächlich auch anstrengend, weil ich habe damals festgestellt, als ich... So Boxen, Boxen of Late Capitalism irgendwie, ich feiere es gar nicht, Alter. Ja, ich, äh, ich, ich habe meine Probleme, also ich habe mich ehrlich gesagt von diesem MMA-Zirkus auch ein bisschen verabschiedet. Ich fand diese Kämpfe immer sehr, sehr interessant, weil es natürlich, äh, fächerübergreifend ist, weil es halt irgendwie so die verschiedenen Sportarten zusammenführt. Und die sind ja auch nicht. Was ist der Unterschied zwischen MMA und UFC? UFC ist die, der Verband einfach nur. UFC hat auch diesen Käfig patentiert, also diesen achteckigen Käfig. Ja. Das ist, äh, so ein Patent von UFC, den darf auch kein anderer haben. Alle anderen, die auch im Käfig kämpfen, müssen einen zehneckigen Käfig haben. Also, da geht es einfach nur um Geld. UFC ist einfach nur ein Verband, ein Ausrichter, eine Promotion nennt man das, ähm, die diese Kämpfe ausrichten. MMA ist einfach die Sportart, Mixed Martial Arts, wo sich verschiedene Kämpfe aus verschiedenen Sportarten eben treffen können. Und da gibt es ja auch so verschiedene Levels, äh, welche Dritte und welche Regeln. Okay, also habe ich gerade gefragt, was ist der Unterschied zwischen FIFA und Fußball? Genau. Boah, habe ich gesperrt. Na gut, aber wieder was gelernt. Ja, so. Man muss ja auch nicht immer, ne? Naja, gut, aber das verwechseln ja viele, also, so, ich habe neulich in so einem Thread gelesen, have you ever trained UFC? Und dann stand so drunter, it's called MMA. Dann der Typ, oh sorry, sorry, yes, forgive me, please, please. Okay, und dann ist er über den Ring geklettert, habe ich gesehen. Genau, und dann hat, äh, der Trainingspartner von Conor McGregor hat ihn dann auch noch im Ring beleidigt. Dann ist er über den Ring gestiegen und dann mit einem ähnlichen Sprung, wie ich damals, von der Splash-Bühne ins Publikum rein. Der Trainingspartner. Wollte ihn da, also mit einem Kick, es sah wirklich auch beeindruckend aus, also er hockt richtig an und streckt dann durch, der andere wehrt dann ab, dann gehen wieder tausend Leute dazwischen, aber in der Zwischenzeit kommen noch ganz andere Leute in den Käfig rein, boxen dann wieder Conor McGregor oder Conor McGregor boxst die dann wiederum. Also es ist wirklich, äh, unfassbar. Es gibt ein sehr, sehr gutes, äh, Interview von so einem Art Alpha-Kinner in der MMA-Szene. Der nimmt das aber auch wirklich gut auseinander. Ich muss echt sagen, also der hat das echt sehr, sehr, sehr professionell gemacht. Er hat verschiedene Kamerawinkel, äh, ähm, da zu Rate gezogen. Hat da wirklich, äh, extrem krass recherchiert und hat dann auch noch die Pressekonferenzen danach eingeblendet und so weiter und so fort. Also das war sehr interessant. Es ging wohl eben darum und, äh, das hatte dieser Habiba halt immer auch gesagt, hey, es geht doch eigentlich um Sport und nicht um Trash-Talking. Und man muss ja dem Gegner schon ein Minimum an Respekt entgegenbringen und ihn auch nicht die ganze Zeit fronten und dann, äh, war es eben da auch nicht vorbei. Das erinnert mich ehrlich gesagt ein bisschen an diesen, äh, Soundclash. Ja. Ich meine, also der Unterschied zwischen Dissen und Beleidigen ist ja, der muss ja klar sein, oder? Also ich meine, und zu sagen, hey, die Fans haben wir bis jetzt sehr cool, aber da kommen jetzt ein paar Spasten, ist halt gleich irgendwie so. Ja, und es war auch, ja, also es ist wohl auch irgendwo Hurensohn geflogen. Was? Ja, ja, natürlich. Und das ist, also das habe ich nicht auf Video gesehen, aber es soll Augenzeugen berichten zufolge gefallen sein. Und dann ist halt auch, also weiß ich nicht, wie lustig es ist, wenn man irgendwas so. Naja, also mein, ähm, ähm, äh, mein Sohn hat noch nicht gemeint, also, äh, er würde sagen, hey, äh, er würde das Gespräch so folgendermaßen mit seinem Lehrer eröffnen, hey, was bist denn du für ein Arschloch? Darauf habe ich gemeint, das ist immer eine gute Art, ein Gespräch zu eröffnen, ich würde sogar mit Arschloch anfangen. Hey, Arschloch, was bist denn du für ein Arschloch? Das kommt noch viel besser. Ich finde, im Rahmen eines Battles, das mit dem Hurensohn hin oder her, aber im Rahmen eines Battles kann man ja viele Sachen sagen, wenn sich das so aufgebaut hat, aber das gleich so, so Begrüßung, ey, kommt so ein bisschen wie so, ey, ich spuck dir in die Fresse und danach geben wir uns die Hand, das funktioniert nicht so wirklich. Aber sie haben es ausprobiert, ich meine, in dem Maße, aber, ähm, ist dann auch der, der Chef von Red Bull aufgetreten, also der, 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 der Matyschatz, ja, ja, der Matyschatz und hat dann gesagt, they, they will never perform in the Red Bull Soundclash Arena. Gibt's denn das? Hä? Ich weiß nicht, was, nee. They will never perform in the Soundclash Arena. Nee, ich hab nur, egal, scheiße, nee, scheiße, ist doch auch alles egal, ist doch auch schon eine Woche her, steigend, worüber reden wir. Andere Frage, gibt's wirklich Verluste, wenn man so eine UFC, so eine, so eine Halle einfach komplett mit Beton zugießt? Achso, das wollte ich nämlich noch sagen, also, ähm, ich war, ich war eine Zeit lang sehr, sehr interessiert daran an diesen MMA-Kämpfen und haben ja dann auch, es gab eine legendäre Promotion aus Japan, die Pride-Promotion und das waren wirklich sehr, sehr interessante Kämpfe damals und was mich immer daran fasziniert hat, war, im Gegensatz zu boxen, hatten diese Kämpfer damals keine so eindeutigen Kampfrekorde, also diese 29 zu 0 Kampfrekorde, mit denen die dann immer antreten, das ist ja schon irgendwie lässt darauf schließen, okay, der hat nur einfache Gegner bekommen, um diesen Kampfrekord dann zu bekommen und dann aus kommerziellen Gründen dementsprechend aufgebaut worden zu sein, um dann um die Weltmeisterschaft zu kämpfen und so weiter und so fort. Das ist ja das, was Boxen dann auch so uninteressant macht, dass halt die stärksten Gegner teilweise gar nicht gegeneinander antreten, sondern immer den Titel dann gegen irgendwelches Fallobst verteidigen. Weil ja 32 zu 1 nicht so geil aussieht wie 32 zu 0. Genau. Und das war bei MMA tatsächlich anders, die hatten relativ ausgeglichene Kampfrekorde, worauf man dann halt schließen konnte, okay, da kämpfen wirklich, das ist ein Sport und beim Sport ist es halt mal so, kannst verlieren, kannst gewinnen und so weiter und so fort. Das hat dann irgendwann mal aufgehört und als einer der ersten Käfigkämpfe, also die UFC zum ersten Mal in Deutschland stattgefunden hat, war ich auch in Köln in der Lanxess Arena und habe mir das angeguckt und da habe ich dann auch festgestellt, okay, da wandert jetzt sehr, sehr, sehr viel Popcorn-Publikum ab von der World Wrestling Federation zu MMA und die haben keine Ahnung. Die finden Bodenkämpfe halt auch langweilig. Weil Bodenkampf ist etwas, das guckst du dir an, wenn du Bescheid weißt, weißt du, was da alles passiert. Wenn du nicht Bescheid weißt, denkst du halt, okay, da liegen jetzt zwei Schwule aufeinander und machen die ganze Zeit nichts. Und die wollen dann Blut sehen. Die wollen das halt sehen so, ja geil, hau ihm auf die Fresse, geil, der Ring ist voller Blut und da habe ich mich dann auch davon abgewendet, weil dann war es halt eben nur, ja gut, ist halt Show. Ja, ist halt so ein bisschen wie, also so stelle ich mir Gladiatorenkampf eigentlich vor, aus dem alten Rom. Ja, es hat ja schon Regeln, also ich meine, es ist ja nicht irgendwie bis zum... Ey, weißt du, solange die sich beide auf die Fresse hauen, ich finde Gewalt ganz geil, wenn ich da nicht mitmachen muss. So, wenn die sich beide auf die Fresse hauen, finde ich geil. Wenn jetzt irgendeiner von den Sklaven da unten stirbt, schade. Ich meine, das Schönste ist halt, das Schönste ist ja immer, wenn dann so Leute anfangen zu trainieren und die kommen dann, also so vom, direkt aus, von der Couch ins Gym, voll ausgestattet mit dem neuesten UFC Merchandising und dann kotzen müssen. Dann ihren, wie heißt das, Proteinshake auf die Matte oder in den bereitgestellten einen Eimer. Naja, hin oder her, jedenfalls, I don't check it. Gab's noch irgendwas diese Woche? Ja, natürlich. Live from Earth sagt Red Bull Music Academy ab. Boah, was? Oh man, jetzt musst du erst mal erklären, was das alles ist und was das soll. Okay, also dieser Soundclash, diese Culture Clash. Ich finde es ja schon wirklich geil, dass es Culture Clash heißt. Ja, ich habe aber gehört, weil Soundclash, die machen dieses Jahr zwei Events und Soundclash ist so das, eigentlich hat die letzten Jahre nur Hip-Hop gewesen, dann Dings, Kraftklub KIZ, okay Kraftklub kann man nicht schreiten, Sido gegen Hafti und dann Dings gegen Bums und dieses Jahr ist Culture Clash halt voll mit Hip-Hop gewesen, lass alle Rapper, die irgendwie mal mit irgendwem da auf der Bühne und Soundclash soll dieses Jahr Boss Horse gegen Revolverheld oder so ein Scheiß sein, irgendwie sowas in der Art. Das wird richtig gut. Ja, egal, auf jeden Fall, aber du weißt schon, dass dieses Standardwerk der Neoliberalen Clash of Cultures heißt, also so quasi der Kampf der Kultur und Kampf der Zivilisation, die westliche Welt gegen die islamische Welt, so ein Standardwerk der neuen Rechten und deshalb finde ich sehr natürlich interessant, dass die Red Bull Music Academy das dann so nennt. Deswegen hast du vorhin auch gleich gesagt, ach so. Ja, ach so, geil. Okay, verstehe. Genau. Ne, was noch? Ne, also Live from Earth hat es abgesagt. Was ist denn aber Red Bull Music Academy? Die Red Bull Music Academy gibt es seit 20 Jahren, die haben jetzt gerade großes Jubiläum gefeiert, endet dieses Wochenende, glaube ich mit, also war übrigens die ganze Zeit schon in Berlin, hast gar nichts davon mitbekommen, tausende von Veranstaltungen, Chanel, wie heißt sie, Chanel Moyet, ne. Ach doch, ich hab, ja, ja, dass sie so wie so ein Artist Talk gemacht hat. So wie Reeperbahn Festival verteilt über einen Monat. Genau. Ja, ja. Von der Red Bull Music Academy und es war schon irgendwie latent und leicht in der Kritik irgendwie, okay, der Betreiber, der Chef von Red Bull äußerte sich ja in der letzten Zeit dann doch immer mal wieder so rechtspopulistisch und warum dann trotzdem alle mitmachen und niemand sagt etwas dagegen. Und Live from Earth hat das anscheinend jetzt also wahnsinnig diskutiert. Es gibt ja auch wahnsinnig viel Geld bei der Red Bull Music Academy zu verdienen, das muss man ja auch dazu sagen. Tatsächlich, bei allem, was Red Bull irgendwie anleiert, gibt es immer ganz schön viel Geld und deswegen machen ja auch alle mit, ist ja auch kein Geheimnis. Genau. Und die Hauptstadt Musikpresse hält natürlich auch dementsprechend die Fresse, weil die Hälfte der Hauptstadt Musikpresse tatsächlich auch dort arbeitet und immer mal wieder dort arbeitet und ein gutes Gehalt davon erzielt. So, dieser Mattischatz ist aber halt in die Kritik geraten. Warum? Weil er 2017 sich da mal so geäußert hat, es gibt bei allem eine kritische Masse am Wochenende 20.000 Wanderer und Mountainbiker im Nationalpark hohe Tauern. Das geht. Da rücken die Gämsen halt zusammen. Wenn du aus den 20.000 aber 200.000 machst oder gar 2 Millionen, dann geht das Ganze kaputt. Wir müssen verstehen, dass nicht nur die Naturregionen endlich sind, sondern alle Ressourcen. Darin denkt er natürlich auch, wenn er Red Bull produzieren lässt in den Aludosen, das ist natürlich, dass er überlegt sich, dass er in Zukunft in so abbaubaren Jutesäcken verteilt wird oder in Glasflaschen. In Kuhmägen vielleicht. Kannst du so einen Kuhmagen kaufen, so vier Liter Red Bull drin, kostet dann halt einen Honi oder so. Das kostet ein Liter bei Red Bull. So, aber wäre doch was. Ja, das wäre wirklich großartig. Also er vergleicht die Flüchtlingskrise natürlich mit so etwas wie dem Nationalpark hohe Tauern, wo Touristen und die Gämsen zusammenrücken. Wir sind so eine Art Gämsen, die halt jetzt auch nicht mehr viel mehr zusammenrücken können aufgrund der Tatsache. Naja, das schließt halt eben alles an. Dass immer Leute sagen, die, wenn sie Bock haben, auch einfach sich eine eigene Insel kaufen können und gar keinen mehr sehen. Das tut er ja auch. Ja. Das tut er ja auch. Er hat ja eine Alm gekauft. Guck mal, jetzt zeigen die auf dich, weil du ein Unterhemd anhast. Das ist jetzt die Attraktion. Guck mal, klopf mal an die Scheibe. Der hat nur ein Unterhemd an, der alte Mann. So, du musst darauf achten, dass hier die 15 Minuten wieder überschritten sind. Schon lange. Alles gut. Ich habe draufgedrückt. Ah, okay, sehr gut. Ja, das tut ja der Matthias jetzt auch. Der hat ja eine Alm in der Südsternmarkt gekauft mit der Maßgabe. Das war ihm besonders wichtig. Dass da keiner zusammenrückt. Keine Anwohner. Kein fremdes Gehöft in Sichtweise. So, und was juckt ihn jetzt außerhalb davon? Also, weißt du, naja. Er ist ein engagierter Bürger und er möchte seine Meinung, er ist halt Non-Konformist. Er ist Individualanarchist und deshalb möchte er seine Meinung auch von sich geben. Das ist ein geiler Typ, ein geiler Typisches. Es ist auch, ich finde es auch wirklich ganz geil, auf die Frage, wie gehen sie mit Widerspruch um im Unternehmen, sagt er, im Berufsleben allgemein, so auch bei uns, geht es primär um Fakten, um Analysen, Planung und Umsetzung. Also um richtig oder nicht richtig. Da bleibt für Meinung und Befindlichkeit kein Platz. Ein Konsens in einem Team ist dann meistens nicht mehr so schwierig. Ich finde... Auch so geile Leute, die einfach an Schalen glauben. Nee, das beschreibt auch unsere Arbeitsatmosphäre. Weißt du, ich meine, bei uns bleibt ja auch wenig Platz für Befindlichkeiten und Meinung. Ja, Fakten. Ja, Fakten. Es ist nur um Fakten. Es gibt offiziell... Guck mal, das ist ja das, was der Marxismus auch immer sagt. Es gibt eine eindeutig objektiv erkennbare historische Wahrheit. Deshalb brauchen wir keine Diskussion. Deshalb ist es auch falsch, wenn dem Kommunismus oder der Sowjetunion vorgeworfen wurde, dass es keine Demokratie gäbe. Es braucht keine Demokratie, wenn die offizielle Wahrheit erkennbar ist. Ey, es ist generell total... Ich glaube, deswegen verstehen sich auch religiöse Leute untereinander immer super, weil die denken, ey... Es gibt eine Wahrheit. Wir sind doch Familie. Wir haben doch alle den gleichen... Wir haben doch den gleichen Vater. Was sollen wir uns jetzt streiten? Ist doch alles klar. Unser Gott. Da sind wir doch alles gleich, oder? Ja. Die, das ist eine andere Familie. Sollen die sich ficken gehen? Aber wenn innerhalb der Red Bull-Religion, da gibt es eine Wahrheit und die Wahrheit des Umsatzes und der Umsatz stimmt. Also wir diskutieren. Ja. Ja, klar. Die Wahrheit ist im Endeffekt dann im Zweifel, Herr Mattischitz. Ja. Also würde ich jetzt mal so sagen. Der ist halt Gott. Auch. Egal, wo sind wir jetzt hier schon wieder hingedrückt? Josef Mattischitz. Genosse Josef Mattischitz. Wollen wir mal Mal-Elef spielen? Ey, Mal-Ele-W. Oder auch so? Ah stimmt, da hinten ist auch noch ein Axon. Ja. Hast recht. Das heißt, schlecht erzogen. Ja. Schlecht erzogen, passt zum Thema... Auch schlecht gebildet, oder? Heißt nicht, auch schlecht gebildet? Wahrscheinlich, ja. Ich weiß nicht. Schlecht aufgezogen, ja. Was soll's? Erzähl mal. Oder, genau. Schlecht ausgebildet. Wahrscheinlich heißt das auch so. Ey, wer weiß. Aber gut. Es ist halt so quasi das französische Wort für Nichtsnutz. Und er hat einen sehr guten Track gemacht übers Mittelmeer, in dem dieses Jahr nur einfach mal zur Anmerkung 1700 Menschen bislang ertrunken sind. Auch eine Zahl, die man wahnsinnig gerne vergisst. Und abschließend ist. Und abschließend, das möchte ich sagen, Sarah Wagenknecht hat sich auch wiederum zur offenen Grenze und geschlossenen Grenze geäußert. Sie meinte, offene Grenzen sind ja eine Illusion, hat dabei aber vergessen, geschlossene Grenzen sind leider auch eine Illusion. Die wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger. Der Gedanke der Woche. Wir sind schon wieder abgeschweift. Eigentlich hast du deinen Gedanken der Woche gerade gesagt. Geschlossene Grenzen sind eine Illusion. Naja, was ich damit sagen will, ist, wie stellen die sich das vor? Also ich meine, es wird ja über Migration immer noch so geredet, als wäre das etwas, was in Zukunft passiert. Das passiert ja schon längst. Die Leute sind ja da. Die kommen ja auch. Und die Alternative, die es tatsächlich gibt, ja okay, wir patrouillieren, wir schießen alles über den Haufen. Das wird unglaublich blutig. Wir halten die Grenzen aufrecht. 1700 Leute kommen nicht auf die Hohe Geist. Nee, wo, wie heißt das? Hohe Tauern, Nationalpark, Hohe Tauern. Die Gämsen können aufatmen. Tja. Ja. Nee, aber wie stellt man sich das vor? Ich meine, natürlich kann man Grenzen dicht machen. Mordor, wir ziehen eine Mauer drumherum. Ja. Ja, hat ja das letzte Mal auch immer super geklappt. Immer. Immer ein Konzept für die Ewigkeit gewesen. Genau. Wie lang, wie oft, wie teuer. Ja. Wie viel Geld muss man dafür ausgehen? Wie teuer, das ist ja auch eh das Ding, ne? Wie viel, also wie, wie viel Geld hätte man sich einfach klemmen können, wenn man einfach Berlin zum Beispiel offengelassen hätte? Wenn man das nicht geteilt hätte. Damals? Ja. Du weißt, der antifaschistische Schutzfall, der war schon notwendig. Nee, aber, also für die DDR war das, war das natürlich teuer, dass alle Fachleute abgereist sind. Das war ja der eigentliche Grund, die Mauer zu bauen. Das war ja der Brain Drain. Deswegen mussten die ja alle mit dem, was sie haben, so wirtschaften, dass es nicht nächstes Jahr kaputt geht. Deswegen hat meine Oma immer noch einen Mixer aus der DDR. Ey. Überleg's dir. Kuba, Kuba hat den geringsten ökologischen Fußabdruck, weil die aus allen Plastiktüten noch Wäschelein machen und so weiter und so fort. Ja, glaube ich. Und die alles doppelt und dreifach verändern. Wo liest man sowas nach, ökologischer Fußabdruck? Gibt es so eine Excel auf deinem Computer? Wahrscheinlich bei Oxfam. Da können wir mal alles nachlesen. Acht Menschen besitzen so viel wie der Rest der Menschheit oder die Hälfte der Menschheit. Echt? Ist das so? Mittlerweile acht Menschen. Ich kenne von Oxfam wirklich nur Jutebeutel. Wirklich? Nein, die machen die ganze Zeit solche Studien. Die hauen das die ganze Zeit raus. Siehst du das machen? Siehst du schon wieder noch ein Rätsel gelöst heute? Geil. Danke, Steiger. Kein Problem. Möchtest du ein Praktikum machen? Also ich vermittle gerade meinen beiden Söhnen Praktikums. Praktika bei dir? Praktikä. Nee, bei mir nicht mehr. Ich hatte ja auch früher immer Schülerpraktikanten. Die mussten dann so Löcher bohren für das Studio. Wirklich? Bring mal hier. Mach mal hier bitte ein Loch durch diese Wand, damit wir ein Kabel durchschieben können. Wir haben die vier Tage gebraucht. Die waren immer sehr erschöpft. Die saßen dann immer in dieser Bohrmaschine mit hochrückendem Kopf. Ihn Rücken dann wieder so langsam entknackt. Okay, ich check's. Sehr gut. Ja, was gibt's noch? Gedanke der Woche? Hast du einen? Oh, Vic Mensa disst XXL-Tontation. Kriegt richtig, richtig Ärger. Der Diss ist noch gar nicht raus. Ich hab nicht. Kennst du Vic Mensa? Ja, ich hab aber auch nur so ganz, also auch nur so einmal irgendeinen Freestyle von ihm irgendwo gesehen, den ich ganz geil fand. Ich hab das auch mitbekommen. Ich hab auch so ein Interview von ihm dazu gesehen, oder so ein Statement von ihm dazu gesehen, ein Videostatement. Aber es war einfach nicht interessant genug zu merken. Es war... Ich erzähl's dir nochmal. Wirklich? Ganz kurz. Bei den BET Awards hat er anscheinend Freestyle gemacht und hat in einem Zusammenhang sich gegen sexuellen Missbrauch von Frauen ausgesprochen oder überhaupt gegen missbräuchliches Verhalten gegenüber Frauen. Der Bastard. Also wirklich. Und hat dann halt eben auch in dem Zusammenhang Hang XXL-Tontation erwähnt, der ja tot ist, der eine Legende ist und über den man nicht Schlechtes sagen darf. Angeblich tot. Darauf gab er ein Shitstorm und dann hat er einfach nochmal in einem Video nachgekartet und in diesem Videostatement nachgekartet und das fand ich einen schon ganz beachtlich. Hey, egal, ob jemand ein Talent hat, egal, ob er ihnen so eine Legende erklärt, Abuse Against Women is not tolerable, not geil und damit hat er ja meine Meinung auch vollkommen recht. Ja, sicher. Und dann muss man auch stabil bleiben. Aber alle finden 6ix9ine trotzdem geil. Das check ich auch gar nicht. Keiner checkt's. Aber ich hab ihn als Erster gespielt. Nicht vergessen. Das war übrigens der Gedanke der Woche, dass 6ix9ine so eine Wikipedia-Liste mit allen deutschen Rappern ausgedruckt hat und immer so Haken hintermacht, mit denen man ja schon alles gefeaturet hat. Ist das jetzt mittlerweile in Amerika so, dass man so quasi umdreht? Bro, I like your 10 million clicks, man. Let's collaborate, bro. Let's build. Na klar. Volle Kanne, Alter. Ist 10 Millions eine Marke? Na sicher. Wo ist das Aliboumae-Feature? Sex ohne Grund, 28 Millionen Klicks. Featuring wen soll er denn? Schindy und Aliboumae? Ja, das weiß ich. Ich kenn das. Achso, Featuring 6ix9ine. Achso. Ah. Ah. Ich dachte jetzt, warum ist der noch nicht in Amerika durchgebrochen? Das meinst du? Ja, weiß nicht. War wohl, waren wohl zu viele andere 20 Millionen Videos im Weg. Hat wohl keiner mitbekommen bisher. Aber das kommt noch. Ich glaub, 6ix9ine arbeitet sich ganz langsam durch die Szene. Man muss ihm das nur erklären, dass er dann auch nicht mit allen cool sein darf, weil die mit denen nicht cool sind und dann verkackt er sich am Ende mit Gringo und das will er ja auch nicht. So wie bei Motrip, meinst du? Nee, der steht auch zwischen den Stilen. Eieiei, den willst du nicht tauschen. Wer ist Motrip? Einfach für die Hörer von Flux FM, die Mittwochabend sein. Motrip, einfach jemand, der super, super, super gern Texte schreibt und der sich denkt, ach ey, ey, ich find, der lernt dann neue Leute kennen. Ey, du bist so cool. Ey, soll ich für dich auch mal einen Text schreiben? Ey, du bist so cool. Aber deine Texte, ey, wollen wir dich auch mal was... Ich bin mal als Motrip auf eine Party gegangen. Wirklich? Ich wusste, dass er nicht kommt und dann hab ich gesagt, ich steh auf der Liste. Motrip. Was war das für eine Party? GQ oder so? Nee, es war im Grill Royale irgendeine Musikverleger-Farty. Free Fleisch. Free Fleisch, free Gulaschsuppe. Um 12 Uhr nachts gibt's immer Gulaschsuppe. Wirklich? Und dann kam Flair und hat gemeint, ey, was machst du hier? Dann hab ich gesagt, ich esse. Kannst du den Flux FM zu hören erklären? Nein, hör auf. Okay, den Flux FM-Hörer, Mittwochabend, 21 Uhr. Flair ist ein deutscher Rapper, sehr berühmter deutscher Rapper. Und der hat einen anderen deutschen Rapper im Grill Royale getroffen. Grill Royale ist so eine Juppie-Kneipe am Kanal in der Nähe von Bahnhof Friedrichstraße. Wo man für 60 Euro Steak essen kann. Wo man auch gerne und oft Molotow-Cocktails abladen können sollte. Nur ironisch natürlich. Nur als kurze Aktion. Und dort hat er den anderen berühmten deutschen Rapper getroffen, der sich Young Huren nennt. Der mit Palina Roschinski, das dürfte er den Zuhörern von Flux FM vielleicht... Der hätte die Rosarie von ProSieben, der Freund von der. Den hat er da getroffen. Die, die immer Haarspray-Werbung macht und Ex-Tornerin ist aus der Sowjetunion. Und den hat er getroffen, also Flair, der berühmte Rapper mit der orangefarbenen Jacke. Muss man dazu sagen. Flair ist ganz, 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 mit einer der Erfinder von Berlin-Rap. Deswegen sollte die Generation, der Erfinder ist er nicht, aber dazu kommen wir später. Deshalb sollte die Generation, in der Young Huren sich befindet, in Klammern ungefähr halb so alt, der Generation von Flair Respekt zollen, hat er aber nicht gemacht. Flair hat ihm Respekt gezollt und hat gesagt, hey Young Huren, alles klar, was machst du hier? Und er hat gesagt, ich esse. Genau. Wobei man sagen muss, dass Young Huren, also für alle Hörer von Flux FM, die am Mittwochabend um 21 Uhr einschalten, Young Huren kommt aus Österreich. Und er hat so einen Wiener Schmäh-Dialekt. Ich esse. So. Ich finde es, ich habe es ein bisschen kompliziert erklärt. Ich finde, du hast es sehr gut gemacht. Was? Die Erklärung. Okay. Ja, hey, lass uns das doch immer machen. Ich finde es gut, wenn, vielleicht machen wir auch demnächst so eine Sendung, wo einfach der eine mal konstant, simultan übersetzt und wir pendeln es dann auf rechts und links. Man kann ja immer mal so mit dem rechten Ohr hinhören und dann so mit dem linken Ohr. Ach so, dieses Live-Kommentar. Ja, genau. Wie wenn so MMA-Profis dann so Kämpfe beurteilen. Zum Beispiel. Ist das so? Machen die das? Es wäre eher wie Untertitel. Oder so ein bisschen so wie... Oder so Leute, die... Wie Audio-Kommentar halt. Die Minecraft spielen und das dann kommentieren gleichzeitig. Nee, das sind Let's Plays. Let's Plays und kein Audio-Kommentar. Würdest du gerne so was machen? Mal moderieren? Spielst du gerne? Ich weiß jetzt nicht was davon. Du hast so viel gesagt. Ähm... Ich würde mich nicht gern selber beim Computerspielen filmen. Nein. Falls das die Frage war, nein. Ich weiß auch nicht, warum das so ein Ding ist. Aber hey. Deswegen toleriere ich das trotzdem und finde das super. Leute... Bleibt open-minded, man. Gut. Es wird immer die Generation, bei der man nicht mehr checkt, was die Scheiße soll. Aber man muss einfach... Man muss das hinnehmen und man muss die Anlächelung und sagen, ey. Ihr macht das gut. Mir fällt gerade nicht ein, was der neueste Spruch ist bei... Fortnite. Bei Fortnite. Ich überlege. Egal. Spiel mal den nächsten... Kannst du einen Tanz von Fortnite? Ja klar. Mach mal einen. Wäre jetzt nicht meine Nummer 1 gewesen, aber nicht schlecht. Na gut. Wir spielen jetzt Bushido und Capital mit Inshallah. Inshallah. Vorm Album Mythos. Bisschen untergegangen bei uns in der Sendung. Son of a bitch. We ain't found shit. Die wundersame Rap-Woche. Pauli und Steiger. Battle of the year. Ha! Steiger! Da sind wir wieder. Flix FM, Boom FM, YouTube, Spotify. Was ist los bei euch? Du hast dir neue Kategorien gewünscht, Steiger. Und deswegen... Ich finde manchmal... Also genauso wie die Mode der 80er wiederkommt... So... Es sind alles nur Zyklen. Weißt du? Man muss sich nicht immer irgendwas komplett... Das ist ein Rad neu erfinden. Einfach mal eine Kategorie, die man ein Jahr nicht drin hatte, wieder rausholen. Da freut man sich dann wieder. Battle of the year. Tatsächlich... Komplett für überflüssig befunden, weil irgendwie selten ein geiles Album rauskam. Aber Steiger, und ich sage das mit aller Unironie, die ich in mir habe, Palm aus Plastik 2, was für ein Album. Ja. Muss ich ehrlich... Oder! Muss ich auch sagen. Also ich war... Hat es dich überrascht? Mich hat... Ich schäme mich so zu sagen, weil das klingt dann so... Nein. Ja, mir eh nicht nur. Aber ich habe wirklich alles andere erwartet als so ein gutes Album. Ich muss sagen, ich habe mir jetzt auch im Zuge der Recherche zu unserer Sendung auch ein bisschen durchgelesen, was andere über Palm aus Plastik geschrieben haben. Die haben dann hauptsächlich über den Sound und Afro-Trap in its Perfektion und so weiter und so fort. Was mich wundert, ist, dass die Leute eine sehr interessante inhaltliche Komponente da vollkommen übersehen haben. Und zwar diese Mischung aus Überdruss, Erfolg haben wollen, um jeden Preis gleichzeitig zu wissen, dass dieser Erfolg überhaupt nichts wert ist, dass es halt so absolute Oberflächlichkeit ist und es trotzdem aber so durchziehen wollen bis zum bitteren Ende. Wobei ich mir halt denke, okay, da bleibt eigentlich nur, dass man sich mit so einer 500 PS-Karre mit 220 vor den Baum setzt. Glaube ich nicht. Nee, natürlich glaube ich das auch nicht, weil es einfach so auch ein Stück weit inszeniert ist. Aber diese Todesszenen, die da gleichzeitig mitspringen, die ist ja absolut faszinierend an diesem Album. Also auf jeden Fall... Also es ist ja in sich so ein ganz düsteres Album. So ganz viel von allem einfach so. Man hat auch das Gefühl, dass wenn man das hört, finde ich, kriegt man auf jedem Track so viele verschiedene Eindrücke, dass man sich denkt, ey, die müssen ja einfach reißüberflutet sein. Und dann kommt aber so eine Zeile wie, Grüße an Martin im Knast, du verpasst hier nichts. So, wow. Ja, also es geht die ganze Zeit darum, ey, noch mehr, noch mehr. Ja, wir nehmen alles mit. Ja, wir fliegen durch die Welt, wir machen die Partys dort, wir ziehen Kokain. Martin, ey, du verpasst hier gar nichts. Ich glaube tatsächlich, aber dass du das aus einem bisschen tristeren Blickwinkel siehst, weil ich glaube, es geht denen gar nicht darum, oh fuck, was sollen wir denn jetzt erreichen, dass wir Glück sind? Ich glaube, denen geht's, solange die in dieser Konstellation sind, dass sie untereinander, weißt du, ich glaube, denen geht's gar nicht so schlecht, wie du denkst. Nee, das glaube ich auch nicht. Klar, es ist irgendwie, sich jeden Tag zu ballern, nicht das Gesündeste, aber ich glaube, solange die, oder die Tatsache, dass bei 187 jetzt seit 10 Jahren keiner reingehauen ist, seit 8-4, spricht, glaube ich, schon dafür, dass die untereinander ein gutes, so alle gut klarkommen, gut, so sich mittlerweile auch gut untereinander kennen und wissen, ey, wenn der Alex mal ein bisschen grummelig ist, dann laufe ich ihm mal in Ruhe morgens, ist okay, also weißt du, ich glaube, den geht, also, die Konstellation bei denen ist solide und die müssen jetzt, ich meine, was wollen die auch erreichen, musikalisch haben die ja alles erreicht. Ja gut, aber sie setzen sich ja trotzdem die ganze Zeit mit der Außenwelt zusammen. Ist der erste Track, den du da jetzt auf der Playlist hast, Ja Mann? Ja. Ich meine, der spiegelt das doch alles wieder, der bringt es doch da komplett auf den Punkt. Also ich finde es einfach nur gut. Ja. Muss ich auch sagen, also ich war wirklich überrascht, ich dachte ja, also ich habe ja, bin ja sehr kritisch gegenüber diesem Kokain-Song da auch eingestellt, aber das... Ja, das auch tatsächlich nach dem ganzen Album, ich habe nicht verstanden, warum die den ausgekoppelt haben. Ich finde, es gibt so viele krassere Songs auf dem Album. Naja gut, aber also als Hit-Garant mit diesen Stufen... Weil, yeah, Kokain ist geil, yeah, oder was, oder das Thema, oder findest du den Beat so... Die wollen alle ziehen, Dumm, 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 Dumm. Das ist doch nett. Ich finde auch, ich finde, also ich glaube, dass auch viel ausgemacht ist, dass man halt auf deren Musik tanzen kann. Und ich finde, der Track ist wirklich der, der am wenigsten bewegen, so körperlich bewegende, oder? Der Koren-Track. Der wenigsten tanzen das schon, oder? Ja gut, aber das ist halt so ein bisschen Marschmusik, das läuft halt in Deutschland. Ja, aber das mag man halt hier, ja? Du kannst halt drauf marschieren, aber so... Ja. Naja, egal, hören wir jetzt erstmal... Ja, Marschierpulver. Hören wir jetzt... Oh, ich stelle mir dann so Gruppen, so Square-Dance in so Clubs vor, so... Dumm, 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 dumm. So ein Seatanz, weißt du das? Music Morgens, Kokain. Schon ein bisschen geil. Naja, egal, spielen wir jetzt erstmal Ja, Mann. Mein absoluter Lieblings-Track, weil die Hook so fett ist und auch der Einstieg von Rafa sagt einen Pass, ich verprügle deinen Vater. Ich sag Kokain, ihr sagt Il, Kokain. Und die Hook von Bones, auch generell Bones, Alter. Also, egal, lass gleich drüber reden. Son of a bitch, we ain't found shit. Ja, die wundersame Rap-Woche mit Mauliensteiger. Battle of the year. Ich weiß, dieser musikalische Part juckt dich überhaupt nicht, du hörst immer nur auf die Texte und eigentlich könntest du Alben auch nach Genius-Annotations durchlesen, bewerten. Das stimmt, das stimmt. Ich höre mir die Alben auch nie an, ich lese mir nur die Texte durch. Aber ich finde trotzdem, dass sie, also gerade sie thematisieren ja auch so oft, dass ihr Sound durchkopiert wurde und in jeder Playlist läuft und dass sie auch selber super genervt davon sind. Und ich habe die Hoffnung, dass es nach dem Album ein bisschen abnimmt, eben weil die es gesagt haben, weil die gesagt haben, ey, guck mal, wir sind mit vielen von euch cool und so, aber denkt euch irgendwas eigenes aus, es nervt, es nervt. Und das ist ja Fakt. Ja gut, aber auf der anderen Seite muss man sagen, sie sind ja auch nicht uninspiriert gewesen. Richtig, aber deswegen finde ich auch zum Beispiel den zweiten Teil viel, viel krasser als den ersten. Beim ersten gab es schon zu vielen Songs so, ja gut, die Melodie habe ich schon mal in Frankreich gehört oder so. Und ich finde, das klingt viel mehr nach wirklich Jamaika als nach, weißt du, nach Afro-Trap. Wir haben jetzt jetzt Afro-Trap angehört, sondern es klingt wirklich nach, Alter, wir wissen schon, warum wir das machen und wir haben diese Musik uns wirklich reingefahren und nicht jetzt da, also, weißt du, wir haben nicht Leute gehört, die diese Musik wirklich gehört haben und dann, weißt du, was ich meine? Was sagst du nur eigentlich zum möglichen Karriereende von Raff? Wir hatten das vor der Sendung, habe ich das mit Marc? Kann ich nachvollziehen. Kann ich nachvollziehen. Aber der wird doch nicht aufhören. Nee, der wird produzieren. Der ist doch Musiker. Ja, der wird produzieren. Aber als so, der hat ja gesagt, ich höre auf mit Raff Kamora, ich höre auf zu rappen. Okay. Und es ist ja auch, wie lustig ist es mit 40 noch zu rappen, dass man... Ja gut, aber man hat ja trotzdem irgendwelche Gedanken, die man zum Ausdruck bringen will. Warum soll der aufhören zu rappen? Also, der schreibt doch auch gerne. Der wird es auch schon noch machen, aber der wird es halt vielleicht nicht rausbringen oder so. Oder es wird dann nach fünf Jahren, ey Leute, scheiß drauf, das ist jetzt aber wirklich eine andere Platte, weil das musste aus mir raus und blablabla, kann ich mir auch vorstellen. Aber er würde, glaube ich, den Fans, die jetzt das feiern, was er gerade macht, dass er sagt, ey Leute, ich werde das nicht endlos durchziehen. Wenn ihr das feiert, dann hört das bitte, aber ihr habt ja jetzt auch genug Alben, die ihr hören könnt. Und ich glaube, er macht jetzt noch nach Palmas Plastik 2 ein letztes Soloalbum. Ich glaube, dass das auch nochmal ein bisschen einen anderen Charakter bekommt. Ich meine, er ist doch jetzt aber auf so einem Niveau, wo er wirklich dann in so ein Jazz-Universum abdriften könnte. Also Jazz meine ich jetzt in der Form, dass er wirklich machen kann, was er möchte. Komplett ohne alles. Und komplett egal, ob die Hook nach drei Minuten oder zehn Minuten kommt, der er voll. Und hier habe ich noch ein Gitarren-Solo. Weil ich spiele jetzt auch Gitarre. Ach man. Wie gesagt, ich bin gespannt auf das letzte Raff-Album, weil ich glaube, dass er nicht irgendwie mit irgendwas aufhören will, weißt du? Sondern, dass er dann schon so irgendwie so ein Blah von Klassiker, seine Legacy so als abgeschlossen sehen möchte. Okay, jetzt habe ich alles gemacht, was ich als Texter machen wollte, mäßig. So ein Grey-Album, White-Album, Black-Album. Ja, irgend sowas, Alter. Wir werden sehen. Das Raben-Album. Raven. Bist du gespannt, wie das letzte Album hat? Ich bin ja ein bisschen gespannt. Ravenclaw. Das Harry-Potter-Album. Oder das uninteressanteste aller Häuser. Hufflepuffs sind wenigstens so richtig langweilig. Aber die sind die, die dafür Bekannte sind, dass sie richtig langweilig sind. Ravenclaw auch so zwischen allem. Was machen die eigentlich? Die sind nicht die Guten, die Bösen, die Langweiligen. Die sind noch egaler als die Langweiligen. Geht's noch? Egal. Jetzt sind wir auch schon wieder ein bisschen... Hey, eigentlich wollte ich dir auch noch einen zweiten Lieblings-Track von mir zeigen. Kompanie, nämlich mit Hannibal. Da nehme ich letzte Woche auch schon ein Zitat. Ich weiß, ich habe es dann wieder erkannt. Bei Genius, als ich den Text durchgelesen habe. Du machst es wirklich, oder? Du hörst es gar nicht. Ach Mann, Alter. Ja, ey, tatsächlich gleichzeitig bestes deutsches Dance-Roll-Album und hoffentlich der Tod von Afro-Trap. Okay. In Deutschland. Ja, ich bin wirklich, wirklich, wirklich gespannt. Marc-Afro-Trap aus Kamerun zum Beispiel. Ja! Hallo! Aber ich habe doch... Hast du schon mal mitgebracht? Le Weiber habe ich doch mitgebracht. Michelle Obama. Nee, okay. Das meine ich nicht. Ich habe doch aber mal so Rap aus Kamerun auch mitgebracht. Jede Woche geführt. Okay, warte mal. Den einen Track suche ich nochmal raus. Vince the Weiber. Tu das, mein Junge. Weißt du, was ich eigentlich gedacht habe? Das Kompanie, der Track ist mit Kontra K. Kompanie, halt. Kompanie, Marsch. Genau. Aber der Track mit Kontra K heißt... Kriminella. Kriminella. Ey, ich wirklich, also ich kann nichts gegen dieses Album sagen. Nee, wirklich. Also, ich finde es auch überraschend gut. Überraschend mit Großbuchstaben. Überraschend gut. Habe ich dir geschrieben sogar, oder? Ich weiß, natürlich. Mit Großbuchstaben. Der Lacher ist angekommen. Alles klar. Von dir zu mir transportiert. Von einem kleinen grinsenden Augenlied zu mir in den Mundwinkel. Ah, schmunzeln. Schmunzeln. Kleiner Schmunzelschlipp. So was nennt man das. War da drin. Ja, ist richtig. So, ich habe doch... Ich weiß nicht, warum ich den mitgebracht habe. Aber habe ich einfach die Woche super viel gehört. White Girls von Belly und Travis Scott. Wobei es eigentlich nur um die Hook geht. Die Parts sind super, super schrottig und super nervig. Oh, hast du da endlich diese Spotify-Funktion gewünscht, dass man sich nur noch die Hooks... Ein Part abwählen kann. Ey, das wäre wirklich... Das wäre so ein Song dafür. Das wäre so ein Song. Oh, jetzt ein Bones-Part dazu. Das wäre so geil, ey. Wäre es wirklich. Reicht mir auch eine Bones-Bridge und die dann... Also, zwei verschiedene Bridges abwechselnd. Würde mir komplett reichen. Wusstest du, dass ein guter Popsong drei Songs in einem ist? Ja. Also, Hook, Bridge, C-Part, Bahn. Und noch irgendein Outro. Ja, das ist richtig. So, genau. Belly und Travis Scott. Das wird merken für dein nächstes Album übrigens. Okay, danke. Ich muss dir übrigens noch kurz den Witz erklären. White Girl sagt man ja auch zu Kokain. Und er sagt White Girl for the White Girl. Hast du verstanden? Hat er sehr lange drüber nachgedacht? Ich denke schon. Also, ich denke mir auch mal ein bisschen. Ich denke ungefähr eine Nase lang. Ach Gott, okay. Ey, was? Zweite Stunde hier auf YouTube, Spotify, Flux FM, Boom FM, allem, was man so kennt. Boom FM geht manchmal so ein bisschen unter, oder? Aber eigentlich sind wir ein Boom FM-Produkt. Voll. Ja. Tatsächlich. Steht ja auf meiner Abrechnung immer drauf, Boom FM. Aber. Steht auf meiner Besiekenkarte drauf. Cool. Aber lustigerweise. Ich finde, ich glaube ja, das Hinderliche daran ist wirklich der Name. Für Boom FM klingt so ein bisschen wie so ein, als ob das von zwei 16-Jährigen geführt wird. Für Flux FM, das klingt irgendwie ernstzunehmend. Nee. Und Boom FM ist so. Ja, ich brauche irgendeinen geilen Rappernamen. Oh komm, wir machen so ein Rap-Radio. Wie nennen wir das denn so? Naja, Boom.fm ist natürlich schon cool, ist aber leider schon eine Marke aus den USA. Ach, verdammt. Boomfm.de. Ich plane ja gerade ein neues Medienportal. Tatsächlich. Und das heißt Common.jetzt. Wie findest du das? Common jetzt? Common.jetzt, ja. Wie würdest du es schreiben? Buchstabil mal. Common. K-O-M-M-O-N. Ist deshalb ganz cool, weil Common, das englische Wort, ist so gewöhnlich, aber auch gemeinsam. Das hat eine sehr interessante Bedeutung. Common dann mit K hat dann wiederum so ein bisschen was deutsches und es hat natürlich dieses Come on. Come on. So eine Aufforderung und Come on.jetzt. Ey, Come on.jetzt. Du als Influencer. Nee, aber wenn du jetzt mir irgendein, weißt du, du hast ja selbst die Reaktion gesehen. Ich war einfach so ein bisschen irritiert, verwirrt und ich weiß nicht, ob irritiert, verwirrt ist, Geiz dafür. Aber hey, vielleicht geht man dann rauf, wenn man sich irgendetwas solltet. Weißt du, wie das Format von Mati Schätz heißt, dieses Red Bull Media? Heimat TV oder so, ne? Nee, Servus TV, das gibt es auf der einen Seite. Dann hat er aber Quo Vadis Veritas Nachrichtenagentur gegründet oder die unterstützt seine Stiftung oder seine Stiftung ist in diese Firma verwickelt. Da ist ja Geld drauf. Quo Vadis Veritas. Du sprichst Latein oder hast du das? Ja, die Würfe sind gefallen. Genau. Genau das. Nee, aber irgendwas anderes von Asterix heißt das auf jeden Fall. Hat noch eine andere Bedeutung, also die Würfe sind gefallen oder wohin gehst du, Wahrheit? Hä? Die Würfe sind gefallen, dass alle ja jagt er es, das weiß doch jeder. Ich wollte deinen Sitz aufgreifen. Also wohin gehst du, Wahrheit? Quo Vadis. Wohin gehst du, Veritas, die Wahrheit? Und dieses Ding heißt, mein Gott, das hat so einen Namen, den kann man sich überhaupt nicht merken. Was ist denn das Ding? Erzähl doch erstmal, was Ding sein soll. Diese Nachrichtenagentur, die er gegründet hat, die heißt... Mann. Nicht cool war das, Veritas. Das ist die, was? Die Überfirma oder was? Ja, das ist die, die drüber sitzt, die das Ganze produziert, Adamemnum oder so ähnlich, was so viel wie Nachtrag heißt. Ich meine, für ein rechtspopulistisches Medium... Der Nachtrag zu den richtigen Fake News. Genau. Nennst du dann Adamemnum, was sich kein Mensch merken kann. Genau. Die bringen dann so den Kulturkampf... Siehst du, Kulturkampf im Klassenzimmer. Worum geht's? Kulturkampf? Kulturkampf? Kulturkampf natürlich von Red Bull Soundclash. Nein, es geht natürlich um die Islamisierung des Klassenzimmers. Soll ich Bücher bringen die raus? Ja, Jus, Alter. Addendum. Addendum. Obwohl ja Klasse und Kampf in einem Titel, damit kriegt man dich doch eigentlich normalerweise. Aber falsch angeordnet leider. Genau. Kurz daneben gegriffen. Das sind übrigens die unbotmäßigen Fans und Ultras und Hooligans, die im Stadion gegen den Ausverkauf des Fußballs wettern gegen Red Bull Leipzig. Das sind auch so verwirrte Leute, die Klassenkampf machen. Hat Matschisch jetzt gesagt im Interview. So, Addendum heißt das. Addendum, geiler Name. Fans gut? Voll gut. Was heißt das? Nachtrag. Nachtrag. Nachtrag zu den Fake News. Könnte mir nichts egaler sein. Was ist denn hier? Aber so ein bisschen Latein ist immer geil. Ja, voll. Petit Fré ist aber auch viel, viel, viel geiler tatsächlich. Haben wir auch mal wieder mitgebracht. Die haben ein Intro von... Wie hieß nochmal ihre Mixtape-Reihe, Alter? Das haben sie uns doch erzählt. Ich gucke das gleich nach, Mann. Ich gucke, welche Nachfragen. Ey, in dem Moment, in dem du nachgefragt hast, Schwarzfahrer? Nee. Nein, nein, nein. Ey, du machst mich total... Leute, punktet jetzt einfach mal das neue Petit Fré-Intro. Wir erzählen euch auch noch gleich, wie das Tape heißt, damit ihr euch das reinziehen könnt. Die wundersame Rap-Woche. Jetzt kommt das mit den Kräfen, drum und dann das mit den Frauen. Mit Maulien Steiger. Schleichwerbung. Schleichwerbung 3 einfach. Schleichwerbung 3 ist also out bald. Deswegen schon mal die Augen aufhalten. Nach den neuen Schleichwerbungen. Witziger. Ich finde auch geil, also wem, wer kann denn von sich behaupten, wir bringen jetzt den dritten Teil eines Mixtapes, von dem der erste Teil auf MySpace erschienen ist? Das musst du dir mal reinziehen. Weißt du, wer ist denn so lang am Start, dass du sagen kannst, ey, das ist der dritte Teil, der erste Teil, kennen vielleicht manche Leute noch, von MySpace. Ich hatte meinen MySpace im Blog. Beeindruckend. Ich nicht. Ich hatte nicht mal Internet als MySpace gehabt. Ach so, weil du aus dem Osten kommst. Nee, aber es ist doch so, dass das Umland von Berlin nach wie vor nicht... Oder alle, alle um mich rum hatten Internet. Es war kein, oh scheiße, bei uns gab es das nicht. Es war einfach, meine Eltern waren so, hm, Internet? Nee, wieso? Wozu? Geil. Meine Eltern waren, ey, Fernsehen, wieso? Ja, siehst du, irgendwann stecken immer aus. Und dann habe ich so Tazanfilme erfunden. Im Kindergarten. Hey, habt ihr den auch gesehen? Oh nein, hast du schon mal erzählt, hat mir schon mal mein Herz gebrochen. Du hast recht, oh fuck. Kein Problem. Das hat mir nicht geschadet. Ey, ich glaube auch, wenn man so, wenn man so in einem Alter, weißt du, wenn man es nicht nötig hat, sich imaginäre Freunde auszudenken, dann ist man, da ist irgendwas, da stumpft man ab. Das hast du schön gesagt. Ja, wirklich. Ey, ich denke, wir haben leider nicht mehr so viel Zeit für so süße, romantische Aussagen. Was haben wir als nächsten Track? Wir müssen jetzt noch ganz viele Tracks spielen. DJ Snake, diesen unsäglichen spanischen Track. Aber das ist doch fantasiespanisch. Hast du es angeguckt? Also unfassbares Video, so Indiana Jones meets Vogelhaus. Und Selena Gomez probiert mit ihrem Part bei 5 Minuten 20 nochmal halb so sexy wie KDB zu sein. Oh, ich muss aber auch, ja, nee. Das ist der Wahnsinn. Also dieses Video auch, dieser Typ, der dann auftaucht mit dieser Maske und dann so diese roten Augen hat. Was ist da los? Also ist das wirklich so auf Asset geschrieben? Drake hat jetzt auch einen Track mit einem spanischen Part rausgebracht. Weißt du, das ist das 2019 Ding dann, oder was? Das alle auf Spanisch. Naja, gut, das ist der Afro-Trap der Amerikaner. Wir machen jetzt alle halt ein bisschen was auf Spanisch, weil wir wollen dieses lockere Feeling da mit reinbringen. Also, total absurder Track, total absurdes Video und wunderschönes Fantasiespanisch. Irgendwie erinnert es mich auch so ein bisschen an diese Rap-Bands der frühen 90er Jahre, die hier in Berlin Rap-Platten produziert haben. Ich glaube aber, du hast wirklich, also eine Aussage, die dich in deinem Nachruf sehr hervorheben werde, ist, Broken English is the language of the world. Es ist die Wahrheit. Ich habe nämlich auch vor zwei Wochen einen Song auf Englisch geschrieben und war so, ey, ich glaube, es besteht eine hohe Möglichkeit, dass mich da für ein Ami auslacht, aber ich glaube, jemand, der kein Englisch spricht, versteht genau, was gemeint ist. Ey, in Indien bist du ganz weit vorne. Ohne Spaß. Ja. Und das ist wirklich Fakt. Ich glaube, dass auch, deswegen, schreibt doch auch ein Schwede die ganzen Hits in Amerika. Dieser Martin Ühne, wie auch immer der heißt, Martin irgendwas, der so für alle schreibt. Ja, Ace of Base. So, das ist einfach, Broken English, Alter, das ist das Ding. Finde ich einfach nur, also, fand ich so gut erkennt. Da muss ich auch, einer der vielen Momente, wo ich mal wieder an dich denken muss, und mir dachte, der Typ, er hat es schon immer gesagt, ich habe es nur noch nicht angewandt. Das habe ich nicht gesagt, das hat Bruno gesagt, das war der Lektor, den wir aus Brasilien am Grenzübergang zwischen Ungarn und Rumänien getroffen haben. Umso besser. Der übrigens, wie heißt diese Mittelalter-Serie mit dem Fell und wo sie sich alle gegenseitig abschlachten, diese Netflix-Serie. Game of Thrones. Game of Thrones. Der Game of Thrones, der war Lektor in Brasilien, der Game of Thrones abgelehnt hat für den brasilianischen Markt, weil er gesagt hat, wer interessiert sich schon für so Ritter-Stories aus allen Keitenlanden. Hätte ich genauso getan. Wo Leute mit Pelz rumlaufen und die ganze Zeit Sex haben, interessiert auch keine Sau. Tja, und im letzten Halbsters hätte es ihm auffallen müssen, scheiße Sex, na klar, interessiert es Leute. Er ist nicht mehr Lektor in Brasilien. Okay, was spielen wir jetzt auch hier an diesen scheiß Spanisch? Na gut, okay, los geht's. Die wundersame Rap-Woche. Mit Maulien Steiger. Zitate raten. Steiger, ausgerechnet heute, wo wir kaum Zeit haben, gibt's hier einfach, wie viel? Vier Zitate von mir. Ich auch. Gibt's denn das? Willst du anfangen? Ich fang schnell an. Komm, komm, ganz schnell, ganz schnell. Steiger hat eine große Fresse, aber kann er sich leisten? Er hat Berlin-Rap erfunden. Flair. Ach, verdammt. Bushido, der sich Berlin sogar auf den Unterarm gestochen hat, obwohl er nie im Ruhe Bunker war. Flair, deutscher Bad Boy oder Kapital Bra, in Klammern Berlin, lebt. Bra, bra, bra. Ey, keine Ahnung. Flair! Hat Flair gesagt? Wirklich, wann hat er es gesagt? In dem Ding? Du wusstest es wirklich nicht? Nee. Geil, ich dachte, da war es einfach ins Blaue gerade. Ich dachte, das war so, ja, weiß nicht, hab ich gelesen. Zeig. Auf Instagram, da wurde er, also ganz öffentlich, hat er sich zu dir bekannt. Wirklich? Er wurde gefragt, findest du nicht? Steiger hat eine große Fresse? Hat er gesagt, ja, aber kann das nicht erlauben. Er hat Berlin-Rap erfunden. Ey, wirklich, ganz ernsthaft, Flair ist mittlerweile ein bisschen mein Lieblingsgegner. Wir laden ihn auch mal ein hier in die Sendung. Na, voller Kanada. Das ist wirklich lustig. Es wird zwar die ganze Zeit nur rumgeschrien und die ganze Zeit sich gegenseitig angebrüllt. Fragwürdige Statements werden gedroppt, aber ich mag den ja auch wirklich sehr und auch gar nicht als, also natürlich nicht als Gegner, weil ich bin ja nicht du, aber ich finde ihn völlig ernstzunehmend. Nein, ich bin ja auch wirklich in dieser Sondersendung da, die Nico Becksman gemacht hat. Halb er, halb du. Auf dem Bremenverband-Fest. Hat er abgekündigt. Das war schon großartig. Also er fühlt sich ja auch wohl in dieser Rolle auf der Bühne und er hat die Lache auf seiner Seite, er kann die Punkte machen und das ist ja auch richtig, richtig so. Voll. Was der an seinem Kopf hatte und was der versucht hat zu konstruieren, es ging ja auch darum, größer zu werden und Promo zu bekommen, wo ich mir heute denke, Geist ist krank. Hätte der mir gesagt, wir malen dich pink an, bringt das Erfolg, bringt das Geld, naja, dann lass machen. Wer hat's gesagt? Der Junge über Mephisto? Flair über Spectre? Ja. Oder Daniel Kübelbeck über den Manager bei Universal? Oh, auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht, aber Daniel Kübelbeck hat ja sich pink anmalen lassen. Also das war tatsächlich Flair über Spectre, habe ich auch gesehen, dass ich diese Gespräche so nahe. Ich fühle mich wieder fresher, wie als wo ich 19 geworden war. Kollegah, Moneyboy oder Alias? Moneyboy. Denkt man, ne? Ja. Hast du noch einen Versuch? Ich fühle mich fresher, als wo ich... Ich fühle mich wieder fresher, wie als wo ich 19 geworden war. Na gut, dann machst du Alias, weil der spielt so mit... Denkt man, ne? Kollegah. In Ernst. Und deswegen habe ich dich nochmal... In Ernst? Weiß ich nicht, in Instagram. Deswegen habe ich dich auch zweimal gefragt, weil ich wusste, du wirst auf keinen Fall niemals, jemals Kollegah sagen. Nee. Witzig. Weil der ist doch so schlau und so. Aber dann hat er es mit Absicht gemacht. Das Universalgenie. Der hat übrigens auch meine These unterstreichend, dass er das alles nur als soziales Experiment macht. Er hat neulich mit Mois so ein Video gemacht, wo er anscheinend dem Witter einen Kopfstoß gibt, wo er Soundeffekt eingefügt hat und den Kopfstoß gegen den Witter so quasi aus einem Winkel gefilmt hat, wo es so aussieht, als würde er den Witter berühren, aber die berühren sich überhaupt nicht. Und einfach nur mit dem Soundeffekt entstand dann der Eindruck, dass er das wirklich gemacht hat. Und er hat gesagt, nee, die Leute glauben das nicht. Die sind nicht so dumm. Mois hat dagegen gewettert und Mois hat gewonnen. Aber er glaubt an das gute Menschen. Das ist meine These. Ja, der hat dieses Buch rausgebracht, um zu zeigen, ey nee, so scheiße seid ihr nicht. Das glaubt ihr nicht. So einen Dreck kann man nicht glauben. Glaubst du? Ich lass das jetzt einfach mal so stehen. Ich glaub das nicht. So, wir sind in der Kategorie Endreim-Raten. 24-7, stress doch, ich bleibe locker. Deine Reime sind so weg, hauen mich nicht vom Hocker. Bushido? Markus Steiger. Bushido? 24-7, stress doch, ich bleibe locker. Du bist nur ein Raver, schwul und nur ein Opfer. Bushido? Oder 24-7, stress doch, ich bleibe locker. Denn ich habe ihn dabei, meinen geigen Koffer. Bushido? Wahrscheinlich echt das mit dem Geigen Koffer, ne? Aber, ey, denen ist auch Flowfeder, denen ist alles egal, ne? Die ist Betonung egal, denen ist so alles egal, Alter. Ja, na, ihm und seinen Autoren, Alter. Ich schätze mal jetzt, das war das mit dem Geigen Koffer. Das ist tatsächlich das mit dem Geigen Koffer. Boah, geil. Ey, das ist so eine geile Vorstellung. Du bist so ein Raver, nur schwul, so ein Opfer. Aber du hast es drauf, Alter. Du kannst wirklich einen Bushido-Text schreiben, wenn du Bock hast. Ich bin ja gut mit Nena befreundet. Aber er ist für mich schon so, wie für viele Leute Nena ist. Ich habe schon ein paar Mal Songs für ihn geschrieben, die er nicht genommen hat. Er bleibt für mich ein Mysterium. Sammy Deluxe über Udo Lindenberg, Jan Delay über Peter Maffay, Sidu über Rolf Zukowski. Uh, krass. Sammy Deluxe über Udo Lindenberg. Tatsächlich, der ist so cool mit Nena, Alter. Das glauben viele gar nicht, aber es ist einfach so. Ich werde hier keine billigen Zitate abliefern. Du kostest dir einen verdammt exklusiven Wein. Prinz Pi im Interview mit dem Splashmag. Kanye West zu einem Reporter im Weißen Haus. Oder Flair zu Nico Baxman. Du kostest dir einen verdammt exklusiven Wein. Fuck. Es muss Prinz Pi gewesen sein. Das war Kanye West zu einem Reporter im Weißen Haus. Danke, danke. Oh, ist gut. Oh, ist gut. Das beruhigt mich sehr. Ähm, ähm, ähm. Warte mal. Ne, wo sind die? Hier. Ein Endreim haben wir natürlich auch noch. Zu viel Wodka Maracuja und ob der Kuba Libre Gut war. Nura. Oder Reim in Reim. Zu viel Wodka Maracuja und sie bewegt sich wie eine Puta. PA Sports. Oder zu viel Wodka Maracuja und ich nenne jeden hier so einen Bruder. Fahrt. Äh, PA Sports. Es war Nura. Wirklich? Ja. Und ob der Kuba Libre Gut war. Das ist ein neues Lied featuring Dings, den ich vergessen habe. Äh, ja. Hast du noch einen? Nee, ich hatte vier. Äh, ich glaube, Assi Memo hat, hat nachher über Nura gesprochen und gesagt, sie soll rappen lassen. Sie soll nur noch singen. Findest du es auch? Nee. Ich habe noch einen. Okay, erzähl. He's a smart cookie. Jay-Z über Damon Dash. Donald Trump über Kanye West. Oder Beyoncé über Jay-Z. Dann vielleicht wahrscheinlich einfach echt Donald Trump. Er gehört. Donald Trump. He's a smart cookie. Nee, er weiß Bescheid. Er hat's kapiert. Ach man, Alter. Wir haben sich zusammen getroffen im Weißen Haus. Ich habe auch, ich glaube, ich habe fünf Bilder und Videos darüber gesehen, aber keins davon war original und alle waren so, hä, guck mal, jetzt zeigt er ihm ein Penisfoto auf dem Handy und guck mal, da waren nur Memes gesehen. Was ist das für eine kranke Welt, in der wir leben? Dass man so Nachrichten, es ist schon wirklich nicht mehr leicht, Meme und Nachricht zu unterscheiden. Man kann das Original tatsächlich angucken bei Spiegel Online. Glaubst du das? Glaubst du dieser... Es war nachvertont. Warst du ein Sounddesigner? Audio. Wie? Audio Atelier. Atelier Lab. Ich glaube, das ist alles Fake News, Mann. MAA hat es nachvertont. Stand runter. Sounddesign bei MMA. Maulis Audio Atelier. MAA? Ey, oh wow, ich denke darüber nach. Gut, ey, SDRsch hast du mitgebracht. Wie kommt's? Ey, kennst du denn, hast du denn auf dem Schüttel? Ja, viel zu lange. Äh, erzähl mal. Julian Schwarzer, heißt der? Ja, ja. Großvater aus Berlin kommend. Wohnt in Marseille. Hat lange Haare und trägt super gerne Philipp Plein und läuft leider rum. Unfassbar, läuft auch rum wie so ein Rocker, ist in Marseille geboren, ist dann nach irgendeinem anderen Mittelmeerort gezogen. Elsa-Slotring? Nee, was? Wohin? Genau, hat das rückerobert, hat sich dann Schneider genannt als Rapper. Sieht aus wie der Sohn von Nicolas Sarkozy, der auch Rapmusik irgendwann mal gemacht hat, oder? Und ist in Frankreich Superstar mit einer gefekten, tiefen Stimme. Ich finde, er klingt sehr quarkig. Quarkig? Ja. Na gut, auf jeden Fall hat er sehr gefährlich aussehende Leute in seinem Video rumstehen lassen, die allesamt 14 sind, aber so Drogenverpacker-Masken, so Staubmasken drüber haben. Fand ich beachtlich. Kleine kurze Anmerkung, normalerweise werden diese Drogenverpacker-Szenen, also wo Leute das Koks dann abpacken, normalerweise werden da immer so Frauen hingestellt, die dann nur Dessous tragen, weil die sich ja nichts einstecken können und so weiter. Aber in diesem Part sind es tatsächlich junge Männer. Angezogen? Ja. Cool. In schlapprigem Shirt. Er wird schon noch sehen, wo das hinführt, die werden sich alle was einstecken. Die wundersame Rap-Woche. Von Dastas D.M.O.G. Mit Maulien Steiger. Prima Show. Ja, quäkig. Cool. Aber cool. Mag ich trotzdem. Ja. Ne, interessante Rap-Figur. Ich hatte den wirklich nicht auf dem Schrum. Ja, das Schöne bei dem ist, so würde halt kein, also kein Label würde halt sich überlegen, ey, wir brauchen jetzt den nächsten Star, okay, so machen wir den. Weißt du, das ist geil bei dem. Wir suchen jetzt den Sänger von Boss Hoss und der soll der nächste Rapper werden. So. Weißt du, also niemand würde auf die Idee kommen, so jemanden künstlich, zu machen, der ist halt so, wie er ist, weil er so ist und das ist halt irgendwie geil an dem, finde ich. Naja, hin oder her. Jedenfalls haben wir jetzt noch drei Tracks und die müssen jetzt durchsprinten, Steiger, weil es hilft alles nicht. Wir haben noch eine Musiksendung. Kiefer mit What A Day. Ah, ja. Genau, als du das gerade vorgelesen hast, wusste ich gar nicht, worum es geht, aber klar, ich habe ihn ja mitgebracht. Kiefer, What A Day. Instrumentalsong. Total, total verrückt. Das ist nämlich genau der Gegenentwurf zu Das ist Alpha von Kollegen, also quasi, hey, wir sind total entspannt, wir fahren durch Kalifornien mit einem alten Oldsmobil und wir sind alle ein bisschen dick und unsportlich. Hey, aber wir haben eine gute Zeit und wir sitzen da zu total chilliger Musik so im Auto und fahren dann da rum im Sonnenuntergang und alle sind nett zueinander. Und wenn ich Bock habe, dann setze ich mich ja auch einfach mal vor so einem Waden und spiele auf meinem kleinen Miniaturklavier. Hey, weil ich bin so, wie ich bin. Und da frage ich mich, warum muss diese Inszenierung eines Gegenentwurfs zu dieser Hypermaskulität, warum muss das immer so trottlig daherkommen? Weil man sich so nicht schämt, so, ja, hey, guck mal, ich bin ein Trottel. Hast du gerade genau das Video beschrieben oder beschreibst du gerade den Sound so, wie du ein Video dazu sehen würdest? Nein, das Video, das ich dazu gesehen habe, das aber genau zu diesem Sound dazu passt, der so klingt wie, hey, ich habe Musik für ugly Dackel gemacht. Ich weiß, was du meinst, es wurde dann sich hingesetzt mit jemandem und gesagt, ey, was denn, wenn es einfach mal alles scheißegal ist und einfach alles und keiner ist perfekt und denkst, aber das dann als aus der Sicht einer Werbeagentur ausgeschlachtet, meinst du? Das ist die Musik, die für Rezensionen geschrieben ist, die anfangen mit den Worten. Normalerweise steht Westcowl Sound für total brutalen Gangsterrap, aber Kiefer macht etwas total anderes. Okay, verstehe. Ja, gut. Egal, können wir draußen hören. Ja, klar. Die Musik ist gut, trotzdem, tatsächlich, oder nicht? Ey, das ist so, ja, qualitativ sehr gut, wahrscheinlich. Die wundersomme Rap-Woche. Es kommt das mit dem Krieg, drum und dann das mit den Frauen. Mit Mauliensteiger. Warum schockt das nicht? Warum ist das nicht? Warum findet man das trotzdem wack dann? Ich finde es nicht wack, ich finde es halt... So Fahrstuhlmusik. Es würde mich auf jeden Fall nicht dazu pushen, meine beste Version zu wehren und jetzt verdammt nochmal diesen Grizzly umzuhauen und jetzt gegen die Palme zu boxen, solange... Weißt du, das nicht. Genau. Scheiß drauf. Neon-Schwarz-Fieber, auch geil. Was sagst du? Genau so wie dieser Autounfall, an dem man vorbeigeht, nicht hingucken möchte, aber doch hingucken muss. Ich bringe ein Neon-Schwarz trotzdem immer mit, auch wenn ich so immer denke, warum sitzt du jetzt mit einer Kokosnuss am Fenster? Was soll das? Und warum? Hast du die Antwort? Weil es so entspannt ist, weil das Leben einfach so inzwischen soll man nicht die ganze Zeit, man muss nicht die ganze Zeit arbeiten an dieser Leistungsdruck und ey, einfach mal fünf gerade sein lassen und dann kommt so ein Video, wo so, wie heißen die Typen, die die Leute bei Hogwarts immer abholen, also in der Harry Potter-Triologie, die Dementoren? Mhm. Dann stehen dann so ganz viele Dementoren rum, wenn der eine rappt. Vielleicht, äh, durfte der noch schnell eine Rapszene aufnehmen, bevor er in den Knast musste. Vielleicht wurde er nach Asker geworden. Aber jetzt noch einen, kurz einen. Oh Bruder, ich hab grad Videodreh, also ihr könnt doch nicht, ja komm, mach's gleich zu Ende, aber danach müssen wir wirklich los. Aber du bist auch fit, so, in der Harry Potter-Triologie. Man, die haben die Bücher gehört. Was sagst du denn? Nur gehört? Ja, klar. Von Rufus Beck gesprochen. Ja, sicher. Hallo. Ich fand das vorher auch scheiße tatsächlich und durch die Hörbücher fand ich das dann geil, weil, dann konnte ich mir das vorstellen, weil ich kannte so aus den Kino-Tradern, kannte ich so, wie die ungefähr aussehen und dann, wenn der das spricht. Die Filme sind, sind sehr durchwachsend. Es gibt gute, gute Filme und es gibt einigermaßen wacke Filme. Alles hin und her, aber wenn man weiß, wie diese ganzen Personen aussehen, wenn man dazu so ein Bildung kommt und wenn man das dann hört, finde ich das einfach nur geil. Also ich finde ja den ersten Teil von Harry Potter auch ein wahnsinnig gutes Buch. Nein, der ist relativ schmal im Gegensatz zu den anderen und da sind so viele Ideen drin und die hat so viel reingepackt und dann kommen diese anderen Mega-Werke und dann dachte ich mir immer, das ist eine Schreibwerkstatt. Die hat fünf verschiedene Autoren und hey, du machst jetzt mal hier den Hintergrund so wie ein Rembrandt, weißt du, wie so Rembrandt seine Gemälde gemalt hat. Du machst jetzt hier den Hintergrund und du, ah, du kannst gut Wasserfälle, dann mach mal hier den Wasserfall. Ja, aber im Endeffekt ist da ja trotzdem ein krasses Bild rausgekommen und das heißt dann halt, das ist der Rembrandt, aber der hat ja nur dafür gesorgt, dass ein geiles Werk irgendwo entsteht. Aber. Das ist, als wenn du sagst, ja, aber Drake, der hat doch zwei Co-Writer und der Produzent ist auch gar nicht der Einzige und die haben noch ein Ding. Nein, darum geht's ja nicht. Es gibt einfach dieses wahnsinnig dicke Buch von Harry Potter, das ist, glaube ich, Teil 3 oder 4 und das ist einfach ewig lang und das geht einfach so. Du denkst so, ey, okay, aber diese Auswalzung, dieses Haus der Blacks, wie die da wohnen und so weiter und so fort, boah, ja. Ja, ich verstehe. Naja, was soll's. Ist halt auch dumm, wenn du so deine Plottwists so über vier Bücher setuppen kannst, weil du weißt, okay, Alter, in Teil 6 soll der große, oh Gott, der, und dann klären wir jetzt hier mal seine komplette Lebensgeschichte und dann da nochmal so ein bisschen einen kleinen Einwurf und dann da nochmal und dann im sechsten Teil kracht und alle denken sich, oh Gott. Das ist halt ein bisschen langwierig und nervig. Ich finde es total schön, dass wir in der Wundersamen Rap-Woche über den... Bei Neonschwarz auch, weißt du, nur weil der mit Dementoren chillt, wenn er kurz sein Video zu Ende dreht. Dumm. Egal, viel Spaß dabei. Also gut, fangen wir an. Die wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger. Kannst du Mauli fragen? Ja, geil, Steiger, jetzt wird die Sendung abgeschnitten am Ende, weil wir jetzt hier noch drei Minuten über Dementoren geredet haben. Hast du noch eine Frage? Was machst du nächste Woche in der Schweiz? Ich produziere das Album eines sehr, sehr, sehr guten Freundes und es wird fett. Es ist schon Skizzen stehen, es wird einfach nur ausproduziert und in geiler Atmosphäre. Warum in der Schweiz? Weil wir haben da ein geiles Airbnb gefunden. Wo in der Schweiz? Am Lago di Maggiore. Mehr muss nicht gesagt werden. Ach so, so italienischer Teil. Ja, so eine Stunde von Mailand entfernt ungefähr. Ist das geil. Einmal nochmal, einmal nochmal, einmal nochmal diesen Spätherbst in den Alpen genießen. In der Nähe zu Italien, des deutschen Sehnsuchts nach Italien. Oh, Zitronenbäume. Wunderbar. Da kann man sein, da kann man entspannen. Einfach mal Pause von der Marschmusik machen. Großartig. Ich habe auch ein bisschen was vorbereitet. Ich werde ihn auch als Gast nehmen in der nächsten Sendung und dann machen wir zur dritten Sendung und dann quatschen wir ein bisschen über Bietigheim und über die längste Wasserrutsche, die es gibt und die geilen Pommes im Freibad. Und dann gibt es auch neue Kategoriensteiger. Wir haben nämlich was vorbereitet und es wird einfach nur fett. Ich will nicht immer zu viel verraten, aber es wird sehr, sehr fett. Ich freue mich und wünsche dir auf jeden Fall eine gute Reise. Komm gut hin. Hey, du machst das, oder? Du ziehst dich alleine durch. Dann darf ich endlich mal wieder in den Schalthebeln der Macht sitzen. Du machst das schon. Hey, wir verabschieden uns von allen Hörern von boomfm.de und natürlich von den Hörern von Flux FM. Ich hoffe, ich habe es diese Woche oft genug gesagt, dass wir auch auf Flux FM stattfinden. 21 Uhr Mittwochabend.